Hallo und herzlich Willkommen zu einem 1 gegen 1 ich feite mich heute gegen Black Fame AK Flo es war kassiert o die die ausübelnste die Bussi musste natürlich Prozent den Schabern den ich vor hatte zu spielen macht nichts klatsch ich ihn halt mit Wukong ich werde wahrscheinlich eh feilen und aufs Mal bekommen passt dafür bin ich ja bekannt macht mir nix er spielt Kragas mal sehen was was für Überraschungen noch kommen ich weiß eh schon ungefähr was ich sich kaufen wird nur sie ich bin keine Sieger Spaß aber Pauer Wui also Pussy Pussy von Pussy 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 Pussy, Pussy Pussy, Pussy le Pussy Pussy Pussy, Pussy St, Com, Com Nore Bissi you got it auch Pussy 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 he put� put Komm! Nein, nicht. Wir haben ja Zeit, um uns zu klatschen. Ja, wir haben genug Zeit, um uns zu klatschen. Ist Buffs machen erlaubt? Was? Buffs machen, ja. Put me to the test. Ja, wir haben nicht mehr Zeit, um uns zu klatschen, um uns zu klatschen. schon gute Ausweichmethode you got it adapt to all situations bring me a real challenge show me the path or to pussy fuck no fuck no du suck geil macht nichts never settle for a second wer gestern die Runde mit hoffa hoffa ich hab doch selbst zählen gegen Timo bringt auch so viel gegen deine skills du wirst ihn einfach nachdem nachdem du das blenden vorbei geht wenn du geblendet bist tust du erst aktivieren kannst du ihn aber ich habe mehr ahnung von und ich habe mehr ahnung von timo ok was sage ich da trotzdem ich weil ich kenne mich gut mit dem ist bei poppys kuh genauso ich kann das ist diese blutklinge da ja natürlich sondern bis jetzt ja natürlich nur weil die pussy natürliche nuno banden musste bestreite ich ich habe joshua auch ganz schön zugesetzt er musste sich natürlich mein letztes spiel ansehen unbedingt so viel angst hatte er damit der spiel anstatt ich hätte es ganz einfach mit vorweg aus vorweg ist irgendwie der konter gegen alles vorweg gleich ob er mit irgendwas verzeichnen kann oder deine ulti unterbrechen kann meine ulti scheiß ich drauf mein kuh macht was für kuh mein ding macht genug schaden mein schneeball da adapt to all situations das wird nichts die flosi sein du bist der pussy musst du zugeben du bist eine dreckige pussy deswegen hast du auch nuno und timo gebannt weil das die einzige sind ja ich sag doch du bist eine pussy ja warum soll ich mir selber nachfällen machen wenn ich dann dann darf ich habe mal da angebracht vielleicht daher deswegen dass du viel mehr james hast als ich die du benutzen kannst aber ne floh muss natürlich rumpusten was lohnt mich eigentlich so abarktig die ganze zeit schon kann dies lohn ich hasse kragers aber es sind eigentlich so ebenso was es sind man wir wir das ります Wer Never settle for a second. Been waiting for this. Show me the path. Show me the path. Na ja. My journey is only beginning. Ich bin optimistisch. Ich kann da noch was rausziehen. Ich kann da noch was rausziehen. Ganz bestimmt auf jeden Fall. My place is at the top. Naja Flo braucht ja ein bisschen Ruhm er denkt ja er wird fehlend obwohl es nicht ist darum wollen wir ihn ja den Sieg gönnen auf Video passt schon you go no du 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 Ich mach grad Aufnahme. Nicht, dass du hier störst. Ah, Flo, was ich merke, du setzt irgendwie immer nur die größten Pussygeams ein, die ich kenne. Zum Beispiel Brand, Daylen und Kragas zum Beispiel. Immer nur solche scheiß Pussyplay-Gems. Ah, ja, was ist das für dich zum Beispiel kein Pussygeam? Äh, ich wette bestimmt, du würdest sogar P-Chaco gegen mich spielen. Nein. Dir ist es zuzutrauen. Was für Champ ist der für dich zum Beispiel nicht passiert? Ja, kein Range, Champ hier auf jeden Fall. Das ist kein Range, Champ, das ist ein Leben. Mir doch scheißegal. War keiner an, was einfach mal getrunken. Was für mich? Ach komm, verpiss dich. Never settle for a second. Natürlich treffst du mich mit der Ramme. Wie alt fliegst du eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage, jetzt hab ich auch noch nicht so genau rausgefunden. Immer unterschiedlich weit unter. Immer, immer, dass es passt. Nein, nein. Eigentlich hat das eine bestimmte Reichweite, es ist ungefähr dreimal so lang wie die Rolle von Vail. Ja, natürlich. Jetzt reicht's mir hier. Ja, natürlich. Ja, komm. Jetzt willst du mich aber verarschen, oder? Was auch immer du gemacht hast. Decke mich. Hä? Decke mich. Was hast du gemacht? Du, wann? Du tot? Äh, du wenig Leben, ich springe und dann noch ein Q? Wie hast du das überlebt? Ja, ich noch 42 KP habe, äh, habe ich. Einen Scheiß. Och. Kann doch nicht sein, dass du keinen Schaden vom Q gekriegt hast. Hatte noch 240 KP? Hatte noch 240 KP? Alter, verbuggte Kacke. Ich hab's drauf, ich hab doch gesehen, wie der drauf gehauen hat. Aber nein, ich bin ja tot umgefallen und du nicht. Eigentlich hätten wir beide tot sein müssen. Aber nein. Flo, der Scheiß.